hey und herzlich willkommen zu einer runde regner bedwurst und ich würde sagen kann gleich losgehen ich hoffe der baut sich nicht wieder hoch okay das war sehr krass muss ich sagen kann man das denn verpacken er baut sich nicht hoch das bin ich gut so hier noch ein paar blöcke er baut sich gleich zur elseninsel ja ich höre erst mal sein bett okay ich habe ihn einmal öfter jetzt nicht mehr und er hat ein eisenschwert sehr wahrscheinlich könnte das könnte sehr freundlich werden muss ich mal gucken wie ich das hinkriege ist ja jetzt ein bisschen oh nice da macht es mir leicht und er hat gleichen weg in die mitte angefangen so sind wir schon relativ schnell in der mitte nice das hat sich noch gar keiner bemüht sich in die mitte zu holen das ist auch nice ich habe 16 gold das ist richtig nice und noch geiler ist dass der sich halt zur eiseninsel gebaut hat das heißt wir haben jetzt richtig opelten stuff ja gut vier eisen brauchen wir noch etwas fünf so würde ich sagen ein eisenschwert einmal bogen was noch hier wo ich mir zweimal gleich so das hier noch nice jetzt kann ich mir noch eine jetzt kann ich mir noch eine brust holen eine brustplatte so das kann ich mir auch gleich holen jetzt noch was zu eisen so dann sind wir schon mal relativ nice equipped ein paar blöcke fehlen noch so hier das hier koppelps könnte ich auch noch holen aber habe ich jetzt irgendwie keinen bock da noch mal hin zu latschen oh der kommt schon alter erst mal zehn jahre gebraucht um den runter zu schießen baut sich da einer schräg nee nee der baut sich nicht schräg das ist gut es leben noch orange ich und blau orange ist der die ich gerade runter geschossen habe da gibt es noch mich und blau so komm her oh ja ist okay respawn halt noch schneller es gibt irgend so ein code habe ich gehört mit dem man schneller respawn kann komm du stirbst jetzt eine runde so danke so der ist down und jetzt könnten wir den anderen noch runter schießen das wäre richtig nice oh ja er hat luck ah wir müssen uns noch beeilen dass wir ein war powder kriegen ich glaube das wird nichts mehr aber vielleicht wäre auch gar nichts mehr und weiß gar nicht dass da meine insel ist dann könnte ich das sogar noch schaffen ok nice er geht gar nichts mehr ok er ist jetzt da ja ich will aber auch nicht hingehen weil er bin ich instant tot stoppi t ah stört einfach Okay, vielleicht bemerkt er mich nicht Dann kann ich ihm sprieben Heißt unter ihm die Blöcke abbauen Komm Ah, er ist auf jeden Fall auch unten Wo bist du? Okay, egal, egal Ah, ich hab schon gewonnen, der hat gehört kein Bett mehr Naja, Gigi, das war auf jeden Fall Eine geile Runde, würde ich sagen Und wir sehen uns in der nächsten Folge Tschüss Guten Tag Hi, und herzlich willkommen zur nächsten Runde Habe ich ganz vergessen Geh, geh, bau Ja, macht der Teammate schon Ja, ja Wir spielen Quick Bad Wars Ich vermute mal nicht, dass der viel Blöcke hat Oh, er kann fast britschen Ich mach als nächstes Nein Ich mach als nächstes Ich mach als nächstes Hä, wie viele Blöcke hat denn der? Hä? Wie hat der denn so viele Blöcke, Alter? Ausreichend Ach, ping Was geht denn noch? Wieso legt's denn? Ja, und? Was ist das denn? Ey, komm Du musst sterben, Alter Oh, warum? Stoppt der Typ nicht Danke Bitte Nein, sie haben mich Och man, ich hätt's fast geschafft Und Pauls Internet spackt schon mal wieder Ab Ja, jetzt ist er wieder da Oh, hier ist schön viel Eisen Können wir uns gleich mal Was denn? Was lasst du? Ich hab mich noch eingebaut Okay So, dass keiner mehr an den Spawner rankam Nice Ich geh mal Wow In die Mitte Ich bin leider gestorben Inkompetenz Ich wurde runtergeschossen Ja, ja, ja Deswegen steht da auch Schlenker XT ist gestorben Ja Ich bin ja auch gestorben Was willst du? Ja, das ist ja auch richtig so Aber du warst nicht runtergeschossen Ah, die Seilstange Nein, sie ist runtergefallen Geschieht dir recht Warum, lieber Salz, dank Gott Warum tust du mir das an? Die waren doch noch so lecker Ich geh auch mal zu grün Ich hab'n dickes Ekyptiker Und unser Team-Eck geht da auch hin Was soll denn das? Ist ja keiner bei uns mehr da Ich hab' keine Blöcke mehr Scheiße Hefe, I was punched Was? Ich hab' ihn, ich hab' ihn, glaube ich, getroffen Nein! Da kommt einer zu uns Ich würde ausweichen Oh, ich hab' ihn runter Ich renne, aber Ich bin mit mich jetzt richtig fett, alter Wer hat jemand, hat es geschafft, nein, was? Aber ich weiß nur Lack, hier ist also Lack Ja, alles nur Lack Was ist das für ein Team? Was ist das für ein Team? Wo sieht man hier die Farbe? Rot ist das Rot ist schon Vernichtet Ach, man Wollte ich, war Absicht Hör auf zu fressen Wieso? Das ist Freakle Ich krieg' ihn Liebe Zuschauer Esst bitte auch Dieser Wichser Dieser Wichser springt einfach rinnen tot Ja, und? Ja, ich wollte den Kill haben Und? Der hatte halt kein Bett mehr Die KD interessiert eh keinen Ja, und? Ich will trotzdem den Kill haben Die kämpfen da alle an einem Fleck Ich hab' Eisenschwert und so Nein, der Grüne! Oh, ist der behindert! Hauptsache er schubst mich runter, wenn ich zu blau möchte Oh Mann Ich hab' den Grün gekillt Okay Ja, genau, der eine blau ist nicht gestorben Der ist noch auf einem Block gelandet Hasse ihn Oh Campen die jetzt alle da? Wissen die, der sich da runterspringen kann? Können wir dann auch Survival spielen? Survival ist cooler Kann man machen Also ich hab' grad mehr Bock auf Survival Wir können das auch Da kommt ein Gelber Ah, ich werd' hier nichts alleine machen können Müssten noch ein paar Leute kommen Nach 40 Sekunden kannst du auch warten, oder? Ja, genau Dieser Wichser Natürlich hittet der mich von dort aus runter Okay, ich bin auch schon wieder da Okay, der eine ist down Okay, den einen hab' ich zweimal gehittet Nein, er hat mich Ah, er dürfte auch Nein, schon wieder Mann Was denn? Die Wahl Wieder kurz vorm Bett Oh Mann Jetzt campen die da Ja, ich sterbe auch, aber Jetzt campen die da unten Hm, der wird lecker Scheiße Okay, 3, 2, 1, go Der hat ein Eisenschwert Der hat ein Dierschwert Oh, ich hab' ihn Ja Und wegen Eisenschwert Der hat er keins Ja, oder Dierschwert Seh' ich ja nicht Das war's Von Dieser Runde Ich hab' mich zwar in der letzten Runde verabschiedet Aber ich hab' nochmal entschieden, dass ich noch eine Runde dran hänge Ja Aber wir sehen uns in der nächsten Folge Schlecht Tschüss Ah, ciao Ja Schlecht